Das nächste Mal feiern wir eine ganze Woche. Du, ich nehme dich beim Wort. Das kannst du tun. Ciao und vielen Dank. Ciao, auf Wiedersehen. Wie machst du das nur? Wie mache ich was? Dass du jeder Frau das Gefühl gibst, etwas ganz Besonderes zu sein. Nicht jeder Frau, Maria. Nur ganz Besondere. Danke. Ich danke dir für die Worte, die du vorhin gesagt hast. Sie haben mich sehr getröstet. Ansgar, was soll das denn? Ich will doch nur sicher gehen, dass er nett zu dir ist. Ich muss die restlichen Gäste verabschieden. Ja, ich... Ja, Mutter, ich will ja nicht lästern, aber ich habe den Eindruck, Ludwig ist nicht wirklich wild darauf, sich mit ihr in der Öffentlichkeit zu zeigen. Was redest du denn? Na ja, dein Galan ist ja eben für mich geflüchtet. Unsinn. Mutter, ich glaube, es wird Zeit, dass du den Tatsachen ins Auge siehst. Für ihn bist du nichts weiter als seine Mätresse. Du bist ein bisschen dran. Du bist du bist. Du bist du bist. Du bist du bist. Untertitelung des ZDF, 2020